So, heute soll es dann um die romanischen Sprachen gehen. Ja, Sie wissen natürlich schon aus den vergangenen Sitzungen, dass die romanischen Sprachen aus dem gesprochenen Latein entstanden sind, was man auch Vulgär-Latein nennt. Also nur zur Erinnerung, Vulgär-Latein ist nur ein anderer Ausdruck für gesprochenes Latein. Das heißt nicht irgendwie jetzt schlecht oder so oder vulgär, sondern das vulgär kommt aus dem, das ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Lateinischen, vulgaris, volks, Latein heißt das, vom Volke her zum Volke höre ich, vulgaris, sermo vulgaris, also die volkstümliche Sprache und das ist eben das Gesprochene. Latein und dieses gesprochene Latein existiert natürlich schon sehr lange, also immer dann, wenn man auch Latein schreibt oder sogar noch länger als man es schreibt, spricht man es auch. Also Sie sollten nicht denken, dass das Vulgär-Latein irgendwie so ein schlechtes, spätes Latein ist. Es gibt manche Leute, die glauben, ja, das ist irgendwie, ach, verderbt oder so. Also irgendwie so Latein, was nicht mehr so richtig ist, dass es nach der klassischen Zeit auftritt, das stimmt nicht. Also wenn wir uns anschauen, wenn wir nach Quellen suchen, um zu sehen, wie die Leute wohl gesprochen haben, mögen, dann greift man oft auf sehr alte Quellen zurück. Also Quellen aus vorklassischer Zeit, da gibt es nämlich Komödien und Komödien ist es immer so, da wollen die Autoren, die Dramatiker eben irgendwie auch, so schreiben wir die Leute wirklich sprechen. Das heißt, da haben wir so ein bisschen Hinweis auf das gesprochene Latein. Und dieses gesprochene Latein, dass wir nicht so gut rankommen, weil wir natürlich vor allen Dingen schriftliche Quellen haben, das ist der Ausgangspunkt für die romanische Sprache. Und ein weiterer Irrtum, dem man oft begegnet, ist, dass die Leute glauben, dass das Latein selbst auch eine romanische Sprache ist. Das ist nicht der Fall. Also die romanischen Sprachen sind diejenigen, die aus dem gesprochenen Latein entstanden sind. Ich hatte auch schon mal darauf hingewiesen, dass natürlich das geschriebene Latein schon auch eine gewisse Bedeutung hat für die romanischen Sprachen. Und nicht nur für die romanischen Sprachen, sondern für alle Sprachen in Europa, weil man in Europa bis etwa 1500 praktisch nur auf Lateinisch geschrieben hat. Es gibt so ein paar literarische Quellen, die vielleicht anders sind, aber die vorherrschende Schriftsprache, also immer, wenn es wichtig wurde, war tatsächlich das Lateinische. Und zwar diesmal tatsächlich nicht mehr das klassische Lateinische, sondern so eine späte oder mittelalterliche Form des Lateinischen. Und dieses mittellateinische, also das mittelalterliche Lateinische, das steht natürlich jetzt in Kontakt zu den gesprochenen romanischen Sprachen und beeinflusst die. Das heißt also, insbesondere kann man wiederum Wörter aus dem geschriebenen Latein entlehnen. Und so kann es passieren, dass man ein Wort entlehnt, was es schon gibt, das aber eine andere Form und eine andere Bedeutung hat, wenn es aus dem gesprochenen Latein stammt. Also hier mal gleich ein Beispiel, es gibt unzählige Beispiele, aber ein Beispiel, was man immer gerne findet in den Lehrbüchern. Dieses lateinische Wort, weil die lateinischen Wörter den romanischen oft ähnlich sehen, schreibt man die lateinischen Wörter dann mit so kleinen Großbuchstaben, sogenannten Kapitelchen, um zu zeigen, das soll jetzt Latein sein, also Causa, das ist der Ursprung für eben romanische Wörter. Und im gesprochenen Latein hat sich eben Causa weiterentwickelt. Und wir finden das jetzt in den romanischen Sprachen, in solchen Formen, also Causa auf Italienisch, Causa auf Spanisch oder Causa auf Portugiesisch oder eben Causa auf Französisch. Und das sind sogenannte erbte Wörter oder Erbwörter, die also aus dem gesprochenen Latein entstanden sind. Da sind bestimmte lautliche Veränderungen, die haben da stattgefunden, das Au wird so O, das K, was man C schreibt, lateinischen, ist im Französischen zu Sch geworden, über Zwischenstufen. Ja, und das Lateinische, eigentlich stimmlose, es, Causa, ist in manchen romanischen Sprachen stimmhaft geworden, im Spanischen nicht, aber im Französischen, Chosa, auf Italienisch, Cosa, auch natürlich oft stimmhaft. Ja, und jetzt sind diese Sprachen, die diese Wörter, Causa oder Chose, bereits haben im Mittelalter wieder in Kontakt mit dem geschriebenen Latein. Und da taucht natürlich das Wort Causa auf, und zwar insbesondere, wenn es um Angelegenheiten geht, die vor Gericht verhandelt werden. Und da haben wir dann Causa wieder, wird dann wieder entlehnt, im Französisch dann Cose, da verändert sich das lautlich wieder. Und dieses Wort gibt es dann immer auch noch in den romanischen Sprachen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Dublette, wir haben im italienischen, oder im italienischen Causa und Corsa. Das Causa ist der Grund, oder auch die Angelegenheit. Corsa, die Sache, Spanisch genauso, Causa, Corsa. Und französisch auch, Cors, der Grund, oder auch die Angelegenheit. Und Chose, die Sache. Und Sie sehen, das sind eben typische Dubletten, und davon gibt es unzählige. Also das dient hier jetzt nur mal zur Illustration der Beziehung von geschriebenem und gesprochenem Latein. Das gesprochene Latein gibt halt Wörter weiter. Die nennt man dann Erbwörter, die sind oft stark verändert. Und aus dem geschriebenen Latein wird später im Mittelalter wieder etwas entlehnt. So haben wir mit dem gleichen Etimon, also mit dem gleichen Ausgangswort, verschiedene Wörter. Entwickelt durch diesen, das ist dieser, wird angezeigt durch diesen Pfeil ohne Schwanz. Was heißt entwickelt, entsteht aus. Und hier dieser Pfeil mit Schwanz ist einfach nur zu zeigen, dass da auch noch was anderes da ist. Etwas, was entlehnt wurde. Ja, gut, also soviel zur Rolle des geschriebenen Lateins. Immer noch in der Entwicklung, aber das gesprochene Latein interessiert uns. Denn daraus entstehen die romanischen Sprachen. Und heute soll es eben um diese romanischen Sprachen gehen. Ich möchte da Ihnen die Vielfalt näher bringen. Das wird oft übersehen. Viele von Ihnen studieren ja genau eine Sprache. Französisch, Spanisch, wünschlicherweise für das Lehramt. Gelegentlich habe ich dann je nicht. Und dann denkt man sich, naja, mein Fach ist eigentlich, sagen wir mal, Französisch. Aber an der Universität heißt das eben Romanistik, weil man eben nicht nur diese eine Sprache betrachtet, sondern eben ganz viele, die miteinander verwandt sind. Diese Herangehensweise hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt. Man hat die Sprachverwandtschaften vor allen Dingen im 19. Jahrhundert entdeckt, vielleicht schon Ende des 18. Jahrhunderts, aber vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. und hat dann tatsächlich an den Universitäten Fächer gebildet nach Sprachfamilien. Also man hat sich die germanische Sprache angeschaut und hat dann die Germanistik gegründet. Und man hat sich die romanische Sprache angeschaut und hat dann die Romanistik gegründet. Und dann hat es später so eine Weiterentwicklung gegeben, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo man dann gesagt hat, naja, für uns ist in der Germanistik eigentlich nur das Deutsche wichtig. Und deshalb heißt heute das Fach Deutsch-Germanistik. Das ist aber ein Etikettenschwindel, denn die machen da eigentlich nur Deutsch. Die machen da nicht alle germanische Sprache. Gelegentlich kann man da nochmal Grotisch machen. Aber Niederländisch, Schwedisch, Isländisch, das sind zwar germanische Sprachen, die man in der Germanistik behandeln müsste, aber die spielen in der universitären Germanistik in Deutschland keine Rolle mehr. Man hat sogar die Institute umstrukturiert. Also früher war es tatsächlich so, dass die Skandinavistik eine Abteilung des Seminars für Germanistik war oder auch die Niederlandistik. Und heute sind das eben Fächer für sich. Und am deutlichsten sieht man das an dem Fach Anglistik. Das war auch mal Germanistik. Aber es ist heute tatsächlich ein Fach für sich und nennt sich hochtrabend Anglistik, was so vergleichbar ist mit Germanistik und Romanistik. Also so ein lateinischer, lateinische Bezeichnung beschränkt es sich aber nur mit Englisch. Das sollte eigentlich nicht so sein. Also wenn man schon Anglistik sagt, dann müsste man sagen, noch mehr machen, was ja Englisch. Aber von den Angeln ist es halt nur noch eine Sprache, die relevant ist, und das ist das Englische. Nicht noch irgendwas anderes. Es gibt so Ansätze in der Anglistik, dass man sagt, naja, die Kältologie gehört auch irgendwie zu uns. Weil insbesondere in Großbritannien eben auch noch keltische Sprachen bestehen. Aber das ist dann schon so ein bisschen exotisch. Also die meisten Anglisten beschäftigen sich nur mit dem Englischen. Und dann gibt es noch mehr Etikettenschwindel, auch in Bamberg. Dann gibt es dann eine Amerikanistik. Und in Bamberg beschäftigt sich die Amerikanistik irrigerweise mit amerikanischer Literatur. Ursprünglich bedeutet Amerikanistik aber was anderes. Ursprünglich beschäftigt sich die Amerikanistik mit den Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Also wenn Sie Amerikanistik hören, kann es sein, also früher in Europa, heute vielleicht noch in Nordamerika, dass es da um ganz was anderes geht, nämlich um amerikanische Ureinwohner und deren Sprachen und Kulturen und Literaturen. Ja, also von Amerikanistik zu sprechen, dann aber englische Literatur zu machen, finde ich wirklich etikettisch. Aber das sehen natürlich die Kollegen hier anders. Die denken, ja klar, Amerikanistik ist englische Literatur. Aber eigentlich ist das so eine Form von Kolonialismus, wenn man sagt, naja, englische Literatur heißt Amerikanistik. Es ist eigentlich nicht Amerika. Und zudem aus romanistischer Sicht sowieso gehört natürlich Lateinamerika auch zu Amerika, beziehungsweise die meisten Amerikaner sprechen eine romanische Sprache. Nämlich die Südamerikaner, die Mittelamerikaner. Und das sind schon sehr viele. Und ein paar Kanadier sprechen auch noch eine romanische Sprache, nämlich Französisch. Ja, gut. Aber wir wollen uns ja heute hier mit den romanischen Sprachen beschäftigen. In der Romanistik ist das mit der Vielsprachigkeit so geblieben. Da wird also jetzt nicht einfach gesagt, wir machen nur Französisch, sondern wir machen auch noch Spanisch und Italienisch. Und noch viele waren andere Sprachen. Und um die anderen Sprachen soll es heute vor allen Dingen gehen. Wenn Sie sich selber informieren wollen, gibt es viel Literatur und es gibt auch sehr gute Literatur. Gerade in Deutschland hat man sich mit der Vielfalt der romanischen Sprachen sehr ausgiebig beschäftigt, sodass also zwei der hier genannten Autoren Deutsche sind. sind Gerhard Bossong, der vielleicht für einen Schweizer gehalten wird, weil er an der Universität Zürich Professor ist, ist aber Deutscher, hat eine wirklich sehr schöne Abwandlung über die romanischen Sprachen verfasst, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Dann gibt es noch Jürgen Klausenburger, der hat zwar auf Englisch geschrieben, ist aber, wie man am Namen unschwer erkennen kann, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Bin ich ganz sicher, ob er Deutscher ist, könnte er auch Österreicher sein. Auf jeden Fall hier in München publiziert, auch wenn in englischer Sprache, The Course in Romance Linguistics, da werden nicht einfach nur die romanischen Sprachen vorgestellt, sondern da geht es insbesondere um linguistische Aspekte der romanischen Sprache. Da wird also ein Sprachvergleich durchgeführt im Hinblick auf phonetische Merkmale, auf morphologische Merkmale, während bei Bossong schon die einzelnen Sprachen im Vordergrund stehen. Also wenn ich jetzt hier spreche, orientiere ich mich vielleicht mehr an der Herangehensweise von Georg Bossong. Ja, dann habe ich das, wenn Sie vergleichen mit dem, was ich schon veröffentlicht habe, im VNC habe ich hier noch etwas entdeckt, kurzfristig, was auch ziemlich schön ist, mit vielen Karten. Aus Moskau, RAS ist die russische Akademie der Wissenschaften. Eben ein kleiner Atlas der romanischen Sprachen, da werden Sie dann auch Karten sehen, aus dem Atlas, beziehungsweise eine Übersicht, die ich auch in den VNC gestellt habe. Also das ist eine Neuentdeckung von mir, aber wirklich interessant. Und dann gibt es noch ein Klassiker, Rebecca Posner, diesmal eine Amerikanerin, The Romance Languages. da haben Sie dann nochmal was auf Englisch, was ungefähr so ist, wie die romanische Sprache von Bossong. Und das ist so das gleiche Niveau, das von Bossong ist halt ein bisschen neuerer. So, was Bossong auch macht, Posner ein bisschen, aber vor allen Dingen Bossong ist, die Sprachen zu vergleichen. Und wenn man Sprachen vergleichen will, kann man das tun, indem man nicht so sehr die Sprachverwandtschaft betrachtet, sondern versucht zu vergleichen, wie jetzt bestimmte Dinge ausgedrückt werden, unabhängig von Verwandtschaftsbeziehungen. Das nennt man dann typologisch. Und die andere Herangehensweise ist tatsächlich über Sprachverwandtschaft. Also wenn man historisch guckt, wie sind die Sprachen entstanden, aus welchen Sprachen sind die entstanden, gibt es eine gemeinsame Quelle, wie bei den romanischen Sprachen, dann macht man den Vergleich über die Sprachfamilien. Und das muss man nicht machen. Man kann auch von den Sprachfamilien absehen und sich einfach fragen, schauen wir doch mal. Wahrscheinlich muss man irgendwie Vergangenheit zum Ausdruck bringen und dann schauen wir mal, wie in verschiedenen Sprachen die Vergangenheit ausgedrückt wird und dann macht man es halt typologisch. Oder man schaut, wie ist das denn? Mit Sprachen, die miteinander verwandt sind, weil es da ähnlich sein muss. In Vergangenheit wird da wahrscheinlich ganz ähnlich ausgedrückt werden. Und da kann man eben auch diese typologische Perspektive verknüpfen mit der der Verwandtschaft. Ja, und hier heute wollen wir so ein bisschen sehr diese sogenannte genealogische Herangehensweise nehmen, also genealogisch von der Verwandtschaft her. also die Nachfolgesprachen des Gesprochene Lateins, das haben wir jetzt mal gebetrachtet. Ja, und wenn Sie jetzt jemanden fragen, welche romanische Sprachen gibt es, dann finden Sie oft fünf. Hier sind diese fünf romanische Sprachen. Also Sie werden nachher natürlich noch viel, viel mehr kennenlernen, aber diese fünf sind offenbar die wichtigsten. Portugiesisch, Spanisch, manchmal nennt man das auch Kastilisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Und wenn man irgendwie sich einer Fragestellung nähert und auch keine Ahnung hat, guckt man erstmal, was die Leute so denken, was richtig ist. Und die Quelle dafür ist meistens die Wikipedia. Und tatsächlich, da finden Sie diese Sprachen dann auch auf einer Karte. Und das sind diese fünf. Und Sie sehen, die sind ziemlich gut verbreitet weltweit. Also, wenn Sie sich mal das Blaue anschauen, dann finden Sie sehr viele Gegende in der Welt, wo es irgendwelche blauen Flecken gibt. Das Blau ist Französisch und Dunkelblau ist Muttersprache Französisch. Da sind die Gegenden kleiner. Da sehen Sie einen Teil der Schweiz, Frankreich, Belgien. Ich glaube, Luxemburg ist auch Dunkelblau. Oh, dass mit Luxemburg noch fraglich ist. Eigentlich ist Französisch da mehr Bildungssprache als Muttersprache. Und dann sehen Sie da einen Teil von Kanada, Dunkelblau. Das ist die Provinz Quebec. Das sieht groß aus, aber große Teile von Quebec sind ungewohnt. Aber in der Tat, dort ist Französisch ebenfalls Muttersprache und nicht nur Muttersprache, sondern sogar die einzige Amtssprache. Das klingt paradox. Denn Kanada ist zweisprachig. Und deshalb ist auch Kanada hellblau. Weil Sie überall in Kanada Französisch sprechen und schreiben können, weil das eine der beiden kanadische Sprachen ist. Und wenn Sie sich sozusagen mit Angelegenheiten beschäftigen, die ganz Kanada betreffen, können Sie das auch immer auf Englisch oder Französisch tun. Zum Beispiel Einreisen, da müssen Sie so ein Formular ausfüllen. Das können Sie auf Englisch tun oder auf Französisch. Aber wenn Sie mit der Verwaltung von Quebec zu tun haben, dann geht das am Ende nur auf Französisch. Obwohl es in Quebec eine Stadt gibt, nämlich Montréal, die offiziell zweisprachig ist. Aber die einzige Amtssprache der Provinz Quebec ist tatsächlich Französisch. Das ist immer sonderbar. Aber natürlich können da auch alle Englisch, also wenn Sie Englisch sprechen wollen, dann können Sie das tun. Wenn Sie anderswo Englisch sprechen wollen, außerhalb von Quebec, kann das schwierig werden. Natürlich müssen die Vertreter des Staates Kanada alle auf Französisch können, aber das tun die ungern, da Französisch zu sprechen. Also wenn Sie mal einreisen nach Toronto, dann füllen Sie das Einreiseformular am besten auf Französisch aus und dann haben Sie wenig Scherereien, weil der Beamte oder die Beamtin, die Sie da empfängt, möglicherweise gar nicht mit Ihnen Französisch sprechen will und maximal Bonjour sagt oder Bienvenue au Canada und das war es dann. Während wenn Sie das auf Englisch ausgefüllt haben, werden Sie da erst mal gefragt, wo Sie hinwollen und ob Sie vielleicht irgendwelche Drogen dabei haben und was Sie sonst noch im Schildes führen. Umgekehrt geht es nicht so gut. Wenn Sie in Montréal landen und einreisen wollen, und Englisch sprechen wollen, werden Sie auch getriezt. Vielleicht gerade deshalb. Also wie gesagt, das ist schwierig. Aber wie gesagt, Kanada ist da. Richtig und hellblau ist dann eben auch ein großer Teil von Afrika, wo eben Französisch offiziell Status hat und möglicherweise auch tatsächlich die einzige Sprache ist, die wirklich im ganzen Land verbindlich ist, weil eben die einheimischen Sprachen nur von einem Teil der Bevölkerung des entsprechenden Landes gesprochen werden. Und dann haben Sie noch das ganz helle Blau. Da ist Französisch irgendwie auch vorhanden, aber da wird es dann vielleicht schwierig mit Französisch. Da wäre es besser, wenn Sie dann vielleicht Arabisch sprechen. Ja, dann gibt es noch sehr viele Inseln, wo Französisch auch gesprochen wird, zum Teil, weil diese Inseln sogar direkt zu Frankreich gehören. Sogar im Atlantik, Martinique zum Beispiel oder Vanuatu und so, das sind tatsächlich immer noch konkrete Teile von Frankreich. Wenn Sie in Martinique im Dschungel ein Museum sehen, könnte es sein, dass da Dinge ausgestellt werden, die was mit Paris zu tun haben. Man sich eben so sehr mit Frankreich identifiziert. Weil es ja Frankreich ist. Hat übrigens auch den den Nebeneffekt, dass Frankreich das Land ist mit den meisten Seegebieten. Weil ja um jede Insel herum da so eine sieben- oder zwölf-Meilen-Zone ist, die dann eben auch zu Frankreich gehört. Ja. Gut. Portugiesisch ist natürlich auch eine Weltsprache, die sogar noch zusätzlich den besonderen Effekt hat, dass mehr Leute Portugiesisch in Brasilien sprechen als in Portugal und damit eigentlich das Kernland des Portugiesischen möglicherweise eher Brasilien als Portugal ist. Ist auch historisch so gewesen, dass teilweise als Brasilien und Portugal noch ein Reich bildeten, dieses Reich von Brasilien aus regiert wurde. Und dann, das ist ja etwas heller eingefärbt, haben sie eben auch noch Portugiesisch in Afrika. Allerdings ist da wieder das Problem, dass dort eben auch einheimische Sprachen sind, die dann eher gesprochen werden beziehungsweise da auf den Kapverdischen Inseln, da ist zwar Portugiesisch da ist Portugiesisch zwar irgendwie auch offizielle Sprache, aber man spricht dort eben eine Keolsprache. Auf die Keolsprache kommen wir dann heute auch nach. Oder das nächste Mal, je nachdem wie wir zeitlich hinkommen. Ja, dann haben wir noch Spanisch natürlich, das sind ziemlich große Flächen auch, dunkelgrün eben da, wo Spanisch tatsächlich die Muttersprache schlechthin ist und da haben sie auch noch so hellgrüne Flächen, also Paraguay zum Beispiel, wo eben Guarani kooffiziell ist und wenn sie da wirklich leben wollen, sie eigentlich ohne Guarani auch nicht zurechtkommen oder aber wo in anderen Ländern Südamerikas wo es andere eingeborene Sprachen Quechua, Aymara gibt, die dann eben auch Muttersprache sind und dann eben letztlich Spanisch nur noch Zweitsprache. Ja, was hatte ich? Frankreich, also Französisch, Frankreich, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, da haben wir schon drei von den fünf, dann bleibt noch Italienisch, das ist das Gelbe da, jetzt territorial nicht sehr groß und dann haben wir noch Rumänisch, was so ein bisschen über Rumänien hinausgeht, wir werden das gleich noch genauer sehen und damit haben wir dann eben tatsächlich diese fünf romanischen Sprachen, an die man immer denkt. Wenn Sie jetzt aber jemanden fragen, der ein bisschen besser sich auskennt, dann werden nicht nur diese fünf Sprachen genannt, die hier eben abgebildet sind auf der Karte aus der Wikipedia, sondern dann kommen da noch andere hinzu, insbesondere wird gerne das katalanische genannt, das ist Ihnen vielleicht sogar schon mal begegnet, und das occitanische und damit haben wir sieben romanische Sprachen und diese sieben romanischen Sprachen, das Kriterium dafür ist, dass diese sieben romanischen Sprachen Literatur hervorgebracht haben, das Kriterium eben diese sieben aufzuzählen, dann ist die Literatur deshalb wird auch oft gesagt, das seien die romanischen Literatursprachen, wir werden gleich noch sehen, es gibt ja noch mehr, das sind die sogenannten Literatursprachen, da gibt es eine gewisse Abstufung, rot hier eingefärbt sind die, die eben auch einen sehr offiziellen Status haben, die eben Sprachen von Staaten sind und das katalanische habe ich hier orange eingefärbt, weil das auch einen offiziellen Status hat, aber eigentlich nur in Katalonien, in Valencia und auf den Balearen innerhalb Spaniens in einer Stadt in Italien, Algedo auf Sardinien, das ist so eine katalanische Kolonie und in Andorra, in Andorra ist es auch tatsächlich die Staatssprache, die Amtssprache, da sind zwar französisch und spanisch auch verbreitet, aber die eigentliche einzige Amtssprache in Andorra ist katalanisch, deshalb kann man sogar sagen, es ist auch eine Staatssprache, weil Andorra wie ein Staat ist, aber eben sehr kleiner und das wird halt oft übersehen und deshalb habe ich das hier so ein bisschen heller eingefärbt und das Occitanische hat eigentlich nirgendwo so einen offiziellen Status, stimmt nicht ganz, ein bisschen vereinfacht dargestellt, innerhalb der spanischen, des spanischen Staates gibt es die autonome Region Katalonien und innerhalb von Katalonien gibt es ein ganz kleines Gebiet, das Arantal, wo das Occitanische auch immerhin einen offiziellen Status hat, aber das ist jetzt wirklich so eine Besonderheit, die man vielleicht vernachlässigen kann und deshalb habe ich hier gesagt, das Occitanische ist nicht ganz so vergleichbar wie das mit dem Katalanischen, deshalb etwas heller eingefärbt. So, jetzt fehlt aber immer noch eine Sprache, die man auch noch nennen muss, wenn man diese Schiene mit den offiziellen Sprachen betrachtet, die aber, und das ist jetzt der Unterschied zu diesen sieben Sprachen, die jetzt nicht wirklich als Literatursprache gilt, weil sie nicht so eine Art Weltliteratur hervorgebracht hat. Und dann sind aber acht. Diese Sprache finden Sie hier unter sechs, das ist das Rätoromanische oder auch Bündleromanisch genannt, eine Sprache, die offiziellen Status in der Schweiz hat und eben die vierte Schweizer Sprache ist, neben Deutsch, Französisch und Italienisch. Hier haben Sie die Schweiz und da finden Sie, oder einen Teil der Schweiz haben also hier den Osten der Schweiz und da finden Sie das Sprachgebiet, was hier farblich eingefärbt ist, wo man Rätoromanisch oder Bündleromanisch spricht. Das ist nämlich das Gebiet Graubünden, das Kanton Graubünden mit den verschiedenen Varietäten und da sehen Sie auch schon das Problem, in großen Teilen Graubünden wird tatsächlich Deutsch gesprochen, das ist das blaue Gebiet und dann gibt es auch noch einen Teil, wo man Italienisch spricht, im Süden von Graubünden und der Rest ist halt tatsächlich bündner romanisch sprachig, allerdings zerfällt das bündner romanische in verschiedenen Dialekte und es gibt keine wirklich gemeinsame Sprache, es ist inzwischen eine gemeinsame Schriftsprache und entwickelt worden, aber gesprochen werden unterschiedliche Dialekte und die Leute sind dann auch sehr stolz auf ihren eigenen Dialekt und möchten den sprechen und nicht etwa den Dialekt eines anderen Gebietes, also sprachig ist das sehr zerklüftet und deshalb ist die Idee eines gemeinsamen bündner romanischen, des räter romanischen eher so die Idee einer Familie als einer einzelnen Sprache und deshalb fehlt das oft unter diesen sieben Literatursprachen und dann so wirklich einheitliche Literatur natürlich gibt es dann entsprechend Dialekt Dichter, die auf Wallade schreiben, das ist das unterengardynische oder auf sussseldisch aus hier, aber ja, die gemeinsame literarische Tradition, die fehlt eben hier. Ja, dennoch für die Romanistik der Vorständigkeit halber, zumal das räteromanische einen offiziellen Status hat, diese gemeinsam entwickelte Schriftsprache wird ja auch verwendet, auf den Banknoten, auf den Schweizer Banknoten und in den Schweizer Pässen und ja, deshalb sollte man das räteromanische auf jeden Fall auch noch nennen. So, jetzt sind natürlich die Spanier vor allen Dingen nicht zufrieden, denn da gibt es noch ein paar andere, die dann auch sagen, Moment, wir sprechen doch was anderes als in Madrid und diese weiteren romanischen Spanien haben auch zum Teil einen offiziellen, mehr oder weniger offiziellen Status, da ist zunächst mal das Galizische zu nennen, in Galizien, also im Nordwesten Spaniens gesprochen und das sollte natürlich dann auch erwähnt werden, auch dort gibt es ein Autonomiestatut und das Galizische hat dort auch einen gewissen Status, das Problem ist, dass es da zwei verschiedene Schrifttraditionen gibt, eine Schrifttradition, die sich stärker am Portugiesischen orientiert, weil das Galizische sehr eng verwandt ist mit dem Portugiesischen, wohl einen gemeinsamen Ursprung auch hat und eine, die stärker am Spanischen orientiert ist und dennoch, wie gesagt, das Galizische sollte man da nennen und wenn man da schon dabei ist, dann gibt es auch noch, ich habe gleich noch eine Karte, da sehen Sie, wo das ist, zwischen Galizien und Castinien gibt es noch Asturien und Leon, wo man eben auch Varietäten spricht, die vielleicht enger mit dem Spanischen zu tun haben, Asturisch und Leonesisch, jetzt sind wir schon bei zehn, wie gesagt, Galizisch, Asturisch, Leonesisch haben auch in gewisser Weise einen offiziellen Status als Sprachen Spaniens, im Gegensatz zu Occitanisch, was diesen Status praktisch nicht hat, nicht in der gleichen Weise und dann gibt es noch eine weitere Varietäte in Spanien, die sogar eine Varietät des Spanischen ist, nämlich Andalusisch mit weniger offiziellem Status, deshalb hier jetzt nicht farblich gekennzeichnet und Andalusisch ist tatsächlich eine Varietät des Spanischen, also Galizisch, Asturisch, Leonesisch sind keine Varietäten des Spanischen, in dem Sinne wie Andalusisch, also Andalusisch ist tatsächlich aus dem Spanischen entstanden, wie gesagt, wir werden das gleich noch auf Karten sehen, während Galizisch und Asturisch Leonesisch parallel zum Spanischen entstanden sind, aus dem gesprochenen Latein, also praktisch direkt aus dem gesprochenen Latein, deshalb bezeichnet man sie eben als Primär Dialekte und Andalusisch ist direkt aus dem Spanischen entstanden, wird deshalb eben auch als Tertiär Dialekt bezeichnet, auf die Sekundär Dialekte kommen wir danach. So, äh, Moment, was habe ich jetzt gemacht, mal gucken, äh, äh, gibt noch eine Sprache, mit offiziellem Status, die auch ein Primär Dialekt ist, also aus dem Spanischen Latein direkt entstanden ist, die aber sehr eng verwandt ist mit dem Katalanischen und sozusagen einen Übergang darstellt zwischen Katalanisch und Kassinisch das ist das Arakulnesische ähm, und das sollte man dann auch noch nennen, jetzt haben wir eigentlich die Sprachen Spaniens äh, mehr oder weniger vollständig, ähm, aber das ist noch nicht alles, jetzt wird meine Magnophonie so klein, dass ich die Lesung wieder brauche, ähm, genau, das waren die Sprachen Spaniens, die ich hier noch ein bisschen näher untersucht habe, aber in Italien gibt es noch etwas, was ich bisher in der Lernen habe, ähm, wobei wir über Italienisch auch nochmal direkt sprechen müssen, hier kommt aber auf jeden Fall noch eine Sprache dazu, die man nicht so gut zum Italienischen ordnen kann, obwohl es in Italien gesprochen wird, aber die ist sehr anders, eigentlich überhaupt sehr anders unter den romanischen Sprachen, das ist das Saharedisch auf Sardinien, und das ist natürlich auch nochmal eine romanische Sprache, das heißt, wir sind jetzt inzwischen schon bei zwölf Sprachen, genau, das sind die, die wir gerade hatten, nein, hier ist noch eine Änderung vorgenommen worden, nämlich dass, wenn wir bei Italien sind, es gibt noch Sprachen, die offenbar zum reto-romanischen gehören, aber nicht in der Schweiz gesprochen werden, das haben eben auch nicht als bündner romanisch bezeichnet werden können, ja, aber doch irgendwie verwandelt mit dem Roman, der Romanisch und diese sehr kleine Frage, was sagt, Niche, wahrscheinlich von Lateinisch, in Sikiron, insbesondere, und Sörf in Jaulich, in Jaulich, ja, die gehören in die reto-romanische Gruppe, wir sehen nachher noch Karten und jetzt haben wir immer noch nicht alle, denn ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dass das Aragonesische so einen Übergang darstellt zwischen katalanisch und kastilisch, aber so ein Phänomen haben wir auch in Frankreich, da gibt es nämlich einen Übergang zwischen Ozzitanisch und Französisch, Zitanisch im Süden Frankreich, Französisch im Norden Frankreich und dann gibt es noch so ein Übergangsgebiet im Osten Frankreich zwischen Süden und Norden und dort spricht man einen Kompromiss zwischen Ozzitanisch und Französisch und das nennt sich Frankoprovenzalisch. Dieser Name ist ein etwas kompliziertes Wort, was sich im 19. Jahrhundert in der Interview ausgedacht hat, der festgestellt, dass es da diese Übergangs direkt gibt, die weder französisch noch promenzialisch sind. promenzialisch ist dann eine alte Bezeichnung der Britannik. Wenn wir französisch oder franco- promenzialisch, wie gesagt, sehen wir nachher noch auf einer Karte Sprache. Und damit sind wir schon bei 13 Sprachen und diese besondere Situation in Frankreich, die würde ich mir jetzt gerne als erstes noch mal etwas genauer ansehen und dann eben auch zu einer Karte kommen und dann eben die Situation des Spanischen und des Italienischen auch noch. Die erste Gruppe, also das, was sich so um das Französische anordnet, wird als galloromanisch bezeichnet. Galloromanisch, weil das was die Mädels unterwegs waren, das ist eben das Romanische der Gallier. Und da haben wir drei Gruppen, nämlich das Occitanische, das nannte ich schon, Occitanisch, da steckt dieses Occ drin und tatsächlich auf Französisch sagt man Languedoc. Und im Norden des galloromanischen Sprachgebiets, da spricht man eben Dialekte, die man so Languedoy nennt, erzählt. Languedoy. Und dann dieser Übergangsbereich des Frankoborzahnischen. Was hat es mit dem Occ und dem Oui auf sich? Ja, das ist das Wort für ein Jahr. Und das hieß, wie der Einteil in Baselotten 1999 geht zurück auf einen Italiener des Mittelalters, auf einen gewissen Herrn Dammte, Alighieri, der hat nämlich bereits über diese verschiedenen romanischen Sprachen geschrieben und hat gesagt, naja, im Norden sprechen wir lausend ab. Und also die sprechen halt Frau Alihua und die sagen für ja auch. Wenn nicht im Norden, sondern im Norden, also Mörder von Fouveränz natürlich, den er überlebt hat und vor allen Dingen im Westen, er hat nämlich auch gemeint, dass das Spanische in diesen Bereich gehört. Stimmt, wir sind gewissend und das Wort ist in das Wort für ja. Und dann gibt es Leute weiter in Norden, die sagen ja oin wie. Das ist die Frau von Ui. Oksitanisch, das heißt Oksitanisch eben, in das Ock, da heißt ja heute auch, früher Ock, und im Französischen heute und aus dem Wohnen, der Menschen geben und da eben so danke und sie. Ja, und dann hat man erklärt später noch so dass sie auch in Oida und über den Oida mit Wache wo die Leute auch Oui sagen inzwischen. Also wäre was das Wort für Ja angeht eine Longedoc aber alle anderen Merkmale sprechen dafür oder viele andere Merkmale dass es eher nach Süden gehört. So ja also zur Longedoc gehört eben das Occitanische was manche Leute auch Provenzalisch nennen und zwar gibt es da verschiedene Unter Familien oder Varietäten Gaskonisch Zentraloxitanisch Nordoxitanisch das Provenzalische im engeren Sinne also das Occitanische der Provence und dann noch das sogenannte Alpen Occitanische in den Voralpen vor allen Dingen Richtung Italien und dann haben wir die Longedoy die Varietäten sind das Picardische das Normanische im Zentrum dann das aus dem das die heutige französische Schriftsprache entstanden ist im Osten Wallonisch Lothringisch Champagnisch Burgundisch und im Süden Portovinisch und die Saint-Dange Dialekte ja wie gesagt wir brauchen eine Karte kommt dann gleich noch also zu sehen da ist ziemlich viel Vielfalt so das Ganze bildet aber ein Kontinuum das muss ich immer noch erklären bevor wir uns Karten anschauen ein Dialekt Kontinuum und das bedeutet dass sich immer von Ort zu Ort der Dialekt nur ein ganz kleines bisschen ändert wir können allerdings größere Einteilungen vornehmen und das macht man gewöhnlich so dass man die Westromania anschaut mit den Gruppen der Ibero-Romania der Gallo-Romania und der nördlichen Italo-Romania dann das Sabische was da rausfällt dann haben wir die Ost-Romania mit der mit dem Zentrum und Süden Italiens und wieder die Italo-Romania haben wir nächstes Mal Zentrum und Süden und dann eben die Balkan-Romania oder auch Darko-Romania genannt ein obskures Volk gelebt hat und das Sata bekannte haben also das Gebiet von Rumelien als mehr also da um einen weiter zu machen das ist in die aus fast im Laufe wie gesagt das zeigen nachher auch die Karten der wichtigste Schnitt geht mitten durch Italien also ein Teil des italienischen Sprachgebiets oder des Gebiets der italienischen Dialekte gehört zur Westromania ein anderer Teil zur Ostromania hier habe ich es noch mal farblich dargestellt westlich ist gelb östlich ist rot und die Italo-Romania ist dazwischen und oft wird eben auch vom Saadischen gesagt dass das irgendwie dazwischen steht das Saadische als Ganzes steht tatsächlich dazwischen und die Italo-Romania ist einfach in der Mitte geteilt genau ja also noch mal zur Gallo-Romania ich sagte ja schon Languedoc Languedoy und Franco-Provenzalisch habe ich einfach gesprochen Occitanisch mit verschiedenen Varietäten die ich vorhin genannt habe Languedoy ist im Grunde Französisch mit verschiedenen Varietäten hier haben wir heute kaum noch eine Rolle spielen und das Franco-Provenzalische dann haben wir die Ibero-Romania mit Galizisch Portugiesisch gibt es noch Übergangsdialekte Co-Dialekte des Portugiesischen auf der Karte Asturisch Leonesisch dann das Kastinische Spanisch einschließlich Andalusisch und anderen dann dieser Übergang Aragonesisch und dann haben wir das Katalanische mit West- und Ostkatalanisch einschließlich Russionesisch Russisch-Lionesisch das Katalanische in Frankreich das Valenzianische in Valencia das Balearische auf den Balearischen Inseln und dann haben wir noch den Dialekt von Lauge auf Sardinien so hier ist die Karte also Lauge sehen Sie da nicht sehen wir gleich wenn wir uns Italien näher anschauen und da sehen Sie eben tatsächlich links das Portugiesische und das Galizische die irgendwie miteinander zusammenhängen da sehen Sie die Co-Dialekte dann das Mirandes oder Mirandesh Mirandesh auf Portugiesisch aber die Leute selber sagen Mirandes und hier unten haben Sie auch nochmal auf der spanischen Seite so eine Portugiesische Varietät dann schließt sich da Asturien und Leon an mit den entsprechenden Sprachen Asturisch-Lionesisch das ist das schlaffierte Gründer auf dem gelben Hintergrund ja und dann haben wir das ganz große spanische Sprachgebiet was sich nicht sehr stark Dialekt Dialektal unterscheidet allerdings das Andalusische ist ein bisschen anders deshalb wird das Andalusische auch gerne besonders genommen auf dieser Karte jetzt nicht da steht Spanisch beziehungsweise Kastinisch mit Andalusisch und dann sehen Sie da eben auch Katalanisch-Valenzianisch und auch vor dem gelben Hintergrund nochmal so ein bisschen diese Übergangsvarietäten also das Aragonesische in Aragonien genau ja das sind die Ibero-Romanische Sprachen und dann gibt es noch andere Sprachen auf dieser Karte Englisch na klar hier in Gibraltar weil das eine englische Kolonie ist die immer noch besteht gibt es da Leute die Englisch sprechen und dann dann haben wir Gaskonisch mit Aranesisch Gaskonisch ist eigentlich in Frankreich und es gibt dieses eine Tal das Arantal was Sie da sehen an der Spitze von Katalonien da ist Andorra und daneben links daneben diese Spitze wo man Gaskonisch spricht Langedockisch das wird nur in Frankreich gesprochen so brauche auf der Karte und dann haben wir das Baskische was in Frankreich und Spanien gesprochen wird und wie ich immer so schön sage das Baskenland ist vorläufig noch geteilt zwischen Frankreich und Spanien Baskisch ist eine nicht indogermanische Sprache die also mit den Sprachen die wir sonst so kennen nichts zu tun hat und ist möglicherweise die einzige Sprache die die indogermanische Einwanderung nach Europa überlebt hat also älter ist als alle anderen Sprachen die wir hier in Europa vorfinden sie ist eigentlich die eigentlich europäische Sprache deshalb finde ich die Bezeichnung indoeuropäisch für die indogermanische Sprache nicht so richtig denn das indogermanische gehört ursprünglich gar nicht hierhin aber das Baskische ist tatsächlich die Sprache die übrig geblieben ist das kann man erkennen an Gewässernamen in Europa Gewässernamen haben nämlich die Eigenschaft übrig zu bleiben wenn andere Bevölkerungsgruppen irgendwo hinkommen und sie finden hier sehr viele Flussnamen in Europa die ureuropäisch sind wie man so sagt die also schon dort waren bevor die indogermanen angekommen sind und da gibt es ganz gute Hinweise dass diese Bezeichnungen sich irgendwie im baskischen wiederfinden oder baskische Wörter sind also ein so ein Flussnamen eine Flussnamenart sind Flussnamen mit äh äh A-R-N 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 zum Beispiel mit hier war es auch der Rhein da ist das A dann weggefallen A-R-N in Italien oder in Westdeutschland die Hase die hieß nämlich mal A-S-N-A das ist eine Volkssthymologie dass man eine Hase rausgemacht hat A-S-N-A daher kommt Ost-Nahr-Brück zum Beispiel das ist die Brücke über die A-S-N-A das A-S-Z-O geworden die Algenburg zu Oldenburg das ist das gleiche wie A-R-N-O und das ist wahrscheinlich das baschische Wort Aran was Sie vorhin schon gehört haben im Aran-Tal Aran heißt nämlich Tal äh das andere der andere europäische Flussname ist äh haben wir in Ebro oder in vielen deutschen Flussnamen auch Eber Ebersbach Eber äh gerade in Bayern ist das sehr häufig das ist wahrscheinlich das gleiche wie Ebro und das baschische Ibadah Ibadah heißt auch Fluss also da gibt es offenbar einen Zusammenhang also man kann es ist nicht der einzige Grund warum man sagt dass das baschische wahrscheinlich die Sprache der europäischen Ureinwohner ist aber es gibt es ist ein sehr interessanter ein sehr interessantes Indies man kann auch über Lehnwörter im baschischen in Erfahrung bringen dass das baschische mit allen möglichen Sprachen in Kontakt stand die mal in Europa gesprochen wurden aus welchen die verschwunden sind wie äh festlandkeltisch oder gallisch da gibt es entsprechend keltische Wörter ähm im baschischen und das alles führt dazu dass man denkt dass das baschische die europäische Ursprache ist oder das einzige was davon übrig geblieben ist ähm das gehört also nicht in unser Dialektkontinuum der romanischen Sprachen obwohl natürlich alle Basken auch eine romanische Sprache sprechen weil eben das Baskenland zwischen ähm Spanien und Frankreich sich befindet ähm ja gut dann lasse ich hier mal die iberische Halbinsel jetzt äh äh so stehen also das Interessante an der iberischen Halbinsel ist eben dieses sehr einheitliche Spanisch was nicht sehr stark dialektal aufgeteilt ist ähm das liegt daran dass es eigentlich ein Primärdialekt ist der aus äh dem Norden kommt das sogegen von Burgos was Sie hier schlecht sehen Burgos ist dieses dieser kleine Punkt da im Baskenland ähm und von dort hat sich das Kassinische wahrscheinlich ausgebreitet äh über ein Sprachgebiet was arabisiert war im Mittelalter über immerhin 700 Jahre äh und dadurch ist eben dieser Dialekt sehr abrupt ausgebreitet worden und ist sehr einheitlich und hat sich später dann nochmal differenziert und so ist dann das Andalusische als der Zer Dialekt entstanden ähnlich ist auch natürlich dass die Vorsprache von Portugiesisch und Galicisch das sogenannte Gallego Portugiesische von Norden nach Süden ausgebreitet worden und eben auch das Katalanische von Norden nach Süden und auch sogar das Asturisch Neonesische ist von Norden nach Süden ausgebreitet worden und dann wurden die Spanischen Erober immer stärker und deshalb geht das Asturisch Neonesische nur etwa bis zur Mitte und dann wird alles Spanisch und das sind ja waren eben die erfolgreichsten bei der Verdrängung der Araber und die waren so hatten so viel Impetus dass sie danach nicht aufgehört haben sondern dann auch noch große Teile der Welt erobert haben ja gut kommen wir aber von Spanien auf Italien die sogenannte Italo-Romania wieder benannt nach dem Volk was vorher da war die Italier das ist eigentlich die Bezeichnung für die Leute die da vielleicht vor den Römern waren oder zusammen mit den Römern also Römer werden manchmal auch als Italier bezeichnet aber als eine Gruppe von Italiern und ja hier gibt es jetzt natürlich verschiedene Dialektbereiche zunächst mal die Rätoromanisch Ladinische Gruppe Bündner Romanisch in der Schweiz Solomiten Ladinisch in den Dolomiten in Südtirol vor allen Dingen und Friaulisch wie gesagt Karten kommen gleich dann kommt das sogenannte oberitalienische Dialekt Kontinuum was auch als Gallo-Italisch bezeichnet wird weil da auch mal Gallier waren Piemontesisch Lombardisch Nigurisch und Venetisch wobei das Venetische nicht wirklich Gallo-Italisch ist sondern nochmal anders zum Gallo-Italischen werden Piemontesisch Lombardisch und Lombardisch Piemontesisch und Lombardisch hängen echt enger zusammen als das Lombardische und Venetisch ist irgendwie was anderes dann kommt das Dialekt Kontinuum von Mittel und Unteritalien Italien Italienisch Toskanisch da heißt die Wiege des Italienischen in der Toskana Mittelitalienisch Mittel Süditalienisch Süditalienisch Allschließend ist Zinianisch wir schauen uns das dann auf der Karte und dann haben wir noch Sardisch was nicht wirklich zur Italiener Romania gehört sondern irgendwie für sich steht nur aus politischen Gründen weil Sardinien zur Italien gehört wird das damit aufgeführt Logodoresisch Campidanesisch Sassaresisch Galloresisch bei Galoresisch Übergang darstellt das klingt sehr abstrakt und wenige und wenige ihnen machen Italienisch deshalb interessiert es sie vielleicht gar nicht so hier ist die Karte die habe ich aus der Wikipedia die ist jetzt nicht so genau aber sie hat eine schöne Eigenschaft in ihrer Ungenauigkeit die Grenzen sind immer der einzelnen Dialektgebiete sind immer so gezackt weil damit angedeutet wird dass es keine scharfe Grenze gibt Übergang zwischen den Dialekten was man hier auch sehr schön sieht ich habe hier noch eine andere Karte da gibt es noch andere Sprachen in Italien das Franco-Provenzalische reicht nach Italien rein das ist das Rote das Ozydanische was hier Provenzale heißt reicht auch nach Italien rein das ist etwas dunkler Rot hier dargestellt und wir haben hier noch andere Inseln Griechisch sehen Sie da unten Abrech das ist eigentlich Albanisch haben wir Slavisano Slavisch und es gibt da eben noch andere Sprachinseln Slowenisch zum Beispiel ja hier ist eine etwas genauere Karte also wissenschaftlich fundiert die hat natürlich den Nachteil dieses Kontinuum nicht so schön darzustellen sondern nur mit so komischen Zahlen und Hufstaben und dann fällt es nicht so ins Auge aber was hier ins Auge fällt achso diese Karte ist von Koriakow aus diesem diesem Atlas den ich erst kurz entdeckt habe ja was hier sehr auffällig ist sind diese dicken Linien was bedeuten diese dicken Linien naja die zeigen eben diese scharfe Grenze an die wir in Italien haben zwischen der Westromania und Norden Italiens und dann von der ersten dicken Linie an bis zum Süden in die Ost Kondorania und da haben wir in der Mitte in der Toskana und in einem Teil des Latiums ein Übergangsgebiet zwischen zwei dicken Linien ja so was stellen die dicken Linien noch dar die stellen hohe Berge dar man denkt immer naja wir müssen über die Alpen die sind hoch und dann sind wir in Italien und wir sind am Strand aber der Strand ist halt wirklich nur am Rand Italien ist ein Gebirgsland mit hohen Bergen so 3000 Meter das ist Sassu in Italien 3000 Meter in Molise in Apruzzen Entschuldigung Apruzzen und da ist der abendinen Hauptkamm das ist die hohe schwarze Linie und da sind wirklich hohe Berge und diese hohen Berge stellten halt auch eine Grenze nah für die Leute die kamen halt nicht in Kontakt über die Berge und deshalb gibt es da so eine scharfe Sprach oder Dialekt Grenze also wir haben die norditalienischen die galloitalischen Dialekte und das venetische das venetische ist das gelbe da das ist eben nicht galloitalisch das andere galloitalisch also irgendwie auch von den Kelten beeinflusst ähnlich wie das französische und dann kommt eben ein Gebiet was nicht mehr keltisch beeinflusst ist das ist in diese Mitte in Toskana ja und dann aber wieder hohe Berge weil diese anderen Linien die sind das ist nicht ganz so krass da gibt es ein paar Pässe wie der Haupt der Apenninen Hauptkamm weiter nördlich deshalb gibt es da auch noch diese gestrichelte Linie auch noch starke Dialektunterschiede sind nicht so stark wie bei der durchgezogenen Linie und dann haben wir halt Mittel- und Süditalien oder das nennt sich dann auch ja Median und Southern Italien steht hier ja genau auch auch wieder so ein bisschen Übergangsgebiet bei 17 und dann haben wir es wirklich eher mit Süditalien zu tun ja gut Sardinien und Korsika sieht man hier nicht so genau hier ist nochmal schön so eine Linie um Korsika diese türkisfeinde Linie soll heißen was das französische Sprachgebiet ist gut Korsika gehört auch zu Frankreich aber neben Französisch gibt es da eben auch Korsisch und Korsisch ist tatsächlich sehr eng verwandt mit dem Toskanischen das ist eigentlich sowas wie Insel Toskanisch und da haben sie dann nochmal die dialektale Niederung Korsikas im Süden Korsikas haben sie so ein bisschen einen Übergang zu Sardinien das ist ja auch nah abeinander oder sagen wir andersrum im Norden Sardiniens haben sie tatsächlich noch so einen Übergang zum Toskanischen aber dann wird es sehr exotisch dann haben wir ihn richtig sardisch insbesondere beim Zentrum im Süden und das ist natürlich sehr anders und sehr weltsam da ist noch das K da sehen Sie Algero oder Orge die katalanische Ponomie auf Sardinien und ja das Sardische ist wirklich sehr anders das hat historische Gründe die Römer haben sich auf Sardinien niedergelassen haben Sardinien ausgebeutet zunächst haben sie dort alle Bäume gefällt um Schiffe zu bauen das führt natürlich zu ökologischen Schwierigkeiten dann haben sie da Weizen angepflanzt in Monokultur ganz Sardinien war ein riesiges Weizenfeld und dann war der Boden ganz hin dann war es wirtschaftlich nicht mehr interessant und dann haben sie Sardinien einfach so links liegen gelassen und dann gab es wenig Kontakt zwischen dem italienischen Festland also Rom und Sardinien und deshalb hat sich eine sehr altertümliche Form des gesprochenen Lateins in Sardinien konserviert während es auf dem Festland dann weitergehende Entwicklungen gab also das führt dazu dass das Sardische so anders ist und da es so für sich geblieben ist hat es natürlich ist nicht einfach nur auf dem Stand des damaligen Lateins stehen geblieben sondern hat sich vor allen Dingen in der Phonetik sehr eigenständig und seltsam entwickelt und deshalb ist eben das Sardische so völlig außer der Reihe unter den romanischen Sprachen ja etwas anders durch die frühe Trennung von Rom und die weite Entfernung ist natürlich das Balkan Romanische da insbesondere der Bereich der Darko Romania mit dem Rumänischen was man ja Darko Rumänisch nennt einschließlich Moldauisch in der Republik Moldau dann gibt es da noch Melenorumänisch Istrorumänisch und Arumunisch und dann ausgestorben das Dalmatische oder Veliotische auf der Insel Krrk die man aus den Kreuzfahrträtseln kennt weil die so drei Konsonanten hat Krrk sehen wir gleich noch auf der Karte hier haben wir erstmal das Rumänische natürlich besonders in Rumänien da gibt es so Inseln so deutsche Sprachinseln in der Mitte das ist da ist nicht durchgehend Rumänisch obwohl natürlich rumänische Staatssprache da überall verbindlich ist und nicht nur deutsch oder ungarische Sprache gibt es da ja und nicht nur Rumänien sondern eben auch die Republik Moldau das ist die Republik Moldau ist sogar die Gegend die man so als Ursprungsland das Literarisch und Rumänisch ansieht und das ist dann eben nur politisch getrennt gewesen aber was natürlich auch interessant ist es gibt eben rumänische Inseln Sprachinseln auf dem Balkan das Besondere in Griechenland das Besondere um Thessaloniki herum Arumunisch das ist auch noch lebendig ich habe selber eine Arumunin mal kennengelernt die allerdings inzwischen in Rumänien lebt aber eben tatsächlich aus der Gegend von Thessaloniki kommt gibt es Megleno-Rumänisch das ist nur eine ganz kleine Sprachgemeinschaft wo es inzwischen schwierig ist Sprecher zu finden und Istro-Rumänisch ganz weit weg darf oben in Kroatien auf der Halbinsel Gistrien aber auch nur noch mit ganz ganz wenigen Sprechern ja und dann schauen wir uns mal diese Gegend nochmal besonders an da sehen Sie das da haben Sie Gistrien mit Istro-Rumänisch das sind diese nach unten gekehrten Reiecke in Blau da ist es noch lebendig aber vorher war es sehr viel weiter verbreitet sogar hier über den das ganze ehemaligen Rusladien da gab es früher Istro-Rumänisch Sprecher die aber verschwunden sind die haben sich halt angepasst und haben die vorher schon Sprachen dort übernommen also Slavisch Slavisiert worden diese Karte ist auch wieder aus dem Atlas von Koryakov und der ist Russe und deshalb steht da vielleicht auch noch Jugoslawien obwohl es das gar nicht mehr gibt und insbesondere fehlt der Kosovo Kosovo wir müssten also hier noch natürlich inzwischen unabhängig aber ja die Karte ist dann etwas älter und das ist ja nicht eingezeichnet wobei Montenegro wenigstens eingezeichnet ist wenn auch die Linie gestrichelt ist ja das Interessante ist Sie sehen dass da eben früher noch andere romanische Sprachen gesprochen wurden die verschwunden sind Venedisch das ist halt eine Varietät die wir noch in Italien finden das ist die ja der Ausstieg aus dem Dialekt Kontinuum der dann auch zum Venezianischen geführt hat und Venedig war im Mittelalter hier eine sehr wichtige Macht und das Venezianische hat sich dann ausgebreitet weil es dann über Handelsniederlassungen gab und deshalb ist das alles mal ein Gebiet gewesen wo man tatsächlich eben auch Venedisch also Venezianisch eigentlich gesprochen hat das ist allerdings jetzt verschwunden es gibt allerdings noch italienische Sprachen das müsste auch eingezweint sein in modern Places da sehen Sie und da Linetisch dieses nach oben gerichtete türkisfarbene Dreieck auf Istsee und da finden Sie heute noch Italienisch Sprecher wir hatten auch ja einen hier als Gastwissenschaftler ein Kroate der eben Italienisch zu Hause spricht also hat es überlebt wir haben diese große Fläche jetzt inzwischen ja da finden Sie kein Italienisch mehr wir finden allerdings in den lokalen Varietäten des Kroatischen tatsächlich noch viele italienische Wörter und natürlich italienische Ortsnagen ja und da haben Sie eine weitere ausgestorbene Sprache die auch romanisch ist aber eben nicht venedisch also nicht aus Venedig eingeführt wurde sondern vorher schon da war nämlich das Salmatische das Salmatische ist das ist dieser Violettekreis ist überall verfügbar der letzte Sprecher lebt der Ende des 19. Jahrhunderts auf der Insel Krik was halt man das Salmatische auch als miliotisch bezeichnet Velja ist der alte name oder romanische name der Insel Krik und ein italienischer Sprachwissenschaftler ein gewisser Herrn Bartoli hat am Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich mit diesem letzten Sprecher noch Aufnahmen gemacht natürlich keine Aufnahmen auf ein Aufnahmegerät weil die Technik noch nicht bestand neben steht also solche echten Sprachaufnahmen auf Wachsweißen gibt es erst seit 1901 da war der schon tot dieser letzte Sprecher aber er hat genau phonetisch aufgeschrieben was der gesagt hat sodass wir Quellen vom Leimatischen noch haben und daraus kann man eben dann auch erkennen dass das Thematische eine aus dem Lateinischen entstandene Varietät ist die jetzt nichts mit dem italienischen venezischen oder venezianischen zu tun hat venezischen oder venezianischen zu tun hat was da ja auch gesprochen wird sondern eben tatsächlich so eine alte Varietät ist ein Primär Dialekt aus dem Lateinischen während das Venedische was wir hier sehen nicht direkt aus dem Lateinischen entstanden ist sondern aus der Stadtsprache von Venedig dem venezianischen das ist dann nennt man dann sekundär Dialekt wenn wir halt noch so eine Zwischenstufe haben zwischen dem aus dem Lateinischen entstandenen also das venezianische aus dem Lateinischen entstanden hat sich dann aber verbreitet und dann natürlich dann auch wieder verändert dann haben wir ein Sekundär Dialekt im Mittelalter und wenn in der Moderne es nochmal eine Varietät gab wie das Andalusische was sich erst in der Neuzeit aus dem Spanischen herausentwickelt hat dann spricht man von Tertia Dialekt ja und das Salmatische und eben hier sogar das Genetische sind eben verschwunden das Venetische ist nicht in Italien verschwunden deshalb ist das Venetische nicht als Ganzes untergegangen aber das Salmatische ist untergegangen und da gibt es einen Fachausdruck dafür die Romania Submersa die untergegangene Romania Submersa satanisch untergegangen Submergere untergehen Submersum ist dann das Partizip die untergegangene Romania und da ist das Dalmatische ein rezentes Beispiel was also Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden ist aber eben noch dokumentiert wurde es gibt noch andere Varietäten des gesprochenen Lateins oder die ersten gesprochenen Latein entstanden sind also romanische Sprachen die untergegangen sind das nordafrikanische romanisch wissen im 8. Jahrhundert wird Nordafrika arabisiert bis dahin haben die Leute da romanisch gesprochen und das nordafrikanische romanisch ist daneben auch verschwunden und die Araber sind dann gekommen bis auf die iberische Halbinsel und haben große Teile der iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert gesetzt und sind dann bis zum 15. Jahrhundert dort geblieben und dann konnte sich das gastinische ausbreiten in der sogenannten Reconquista Wiedereroberung wo das wieder fraglich ist weil die Castinier vorher nicht da gewesen sind ja und diese Sprache die da früher mal gesprochen wurde in Südspanien die ist belegt in arabischer Schrift da gibt es ein paar Texte in arabischer Schrift mit dem gesprochenen romanisch was damals gesprochen wurde und weil das in arabischer Schrift überliefert ist hat man da einen seltsamen Namen gefunden nämlich Mossarabisch Mossarabisch da könnte eine Wurzel drinstecken die mit dem französischen Wort Mo verwandt ist in diesem Moss oder Motz kann man vielleicht was sagen aber meistens wird es Mossarabisch ausgesprochen das Z im spanischen scharfes S und das ist eben das auf der iberischen Halbinsel untergegangene romanisch das ist wahrscheinlich erst wirklich untergegangen als die Araber vertrieben wurden denn damit sind eben auch die alten Sprecher vertrieben worden die da romanisch gesprochen haben und kastinisch ist überall verbreitet das weiß man nicht so genau ob die Sprachen schon im arabischen gewichen sind oder mit dem arabischen koexistiert haben und dann erst mit der Ausbahn des kastinischen verschwunden sind es gibt wie gesagt Quellen in arabischer schrift über dieses dort gesprochene romanisch und auch in den ortsnamen kann man das erkennen ja damit haben wir im Grunde die gesamte europäische romania wir kommen noch auf die überseer romania abgearbeitet hier haben sie nochmal so eine zusammenschau die haben wir nochmal extra in den vc gestellt und das Schöne daran ist dass hier der Autor Juri Koriakow versucht hat die Zusammengehörigkeit ein bisschen deutlicher darzustellen und auch zu zeigen was eigentlich Quatsch ist nämlich das was hier in blau gestrichert ist da steht traditional groupings traditionelle Gruppierungen die sind aber irgendwie künstlich und das ist eben dieses Italo Romanische wo hier auch das Retoromanische dazugezählt wird was im Stritten ist das Retoromanische dazugezählt da hat er dann auch nochmal so einen kleinen grauen Strich dazwischen gemacht um das klar zu machen aber eben galloitalisch venetisch und besondere Istro rumänische Varietät die werden oft zum Italo-Romanischen gezählt aber dann eben auch die mittel- und süditalienischen Varietäten die eben so ganz anders sind weil sie eben Ostromanischen Toskanisch was im Italienischen entstanden ist Korsisch was sehr eng mit dem Toskanischen Verwandt ist das ist Toskanisch aber eben Inseltoskanisch Sassaresisch und dann haben sie da eben noch diesen Übergang ja da steht Trans das ist das Übergang zwischen Toskanisch und Südital das ist diese Geschichte mit diesem Teil mit der teilweise gestrichelten Linie also süditalienisch neapolitanisch und dann noch ganz im Süden salentinisch südkalabrisch und sezignalisch extrem südlich wird das meist genannt und hier nennt er das Oaida Sezilien dann gibt es noch Insel romanisch also wie gesagt Sardinisch Sardisch nicht Sardinisch Sardisch gehört dazu und das ältere Korsisch das Korsisch also man geht davon aus das ist auch ein bisschen spektulativ dass Korsika Toskanisiert worden ist das also die frühe Form des Korsischen möglicherweise sehr viel enger mit dem Seil aber da gibt es kaum Quellen ist sehr stipulativ nach Alt Korsisch in sich die Osnam Seil Messe ja und sie haben hier diese schöne Trennung zwischen Ost und West das sind die beiden schwarzen Kreise die aber irgendwie miteinander in Berührung stehen deshalb nennt man diesen ganzen Bereich auch die Romania Continua Romania Continua einmal weil sie zeitlich aus dem gesprochenen Latein kontinuierlich sich weiterentwickelt hat aber auch weil das Ganze einen biografischen Zusammenhang bildet während das romenische beziehungsweise das balkanromanische räumlich getrennt ist das bildet zwar auch eine zeitliche Kontinuität ist also auch aus dem Lateinischen entstanden aber es ist räumlich abgetrennt da ist tatsächlich dann ein Bruch und die Brücke zwischen den beiden das Dlamatische ist eben verschwunden aber das Dlamatische ist sozusagen tatsächlich die Brücke zwischen rumänisch und der Italien Romania Ja Ja I R ist ist rumänisch und Istre hier ist istrisch im Sinne von genetisch istrisch was man bis heute noch findet bis heute gesprochen wird ja in dieser Westrumania haben wir Norditalien Gallo Romania Norden Süden hat er das nochmal eingeteilt das Franke Provenzalisch erkennt er hier zum Norden aber das ist eigentlich der Übergang zwischen Azitanisch und den Oi Dialekten von denen eigentlich nur das Französische wirklich übrig geblieben ist ein bisschen noch pikadisch und malonisch aber insbesondere das Französische der Hauptvertreter und dann haben wir hier nochmal das Indie Romanische wenn man das jetzt mit Z schreibt da schreibt der Taler Romance mit C und hier die mehrere Romance haben wir an das Englisch komisch das Musabische existiert halt nicht mehr und das andere sind eben diese Sprachen die durch die Reconquista sich ausgebreitet haben Gallo Portonisisch auf der einen Seite und dann Astorisch Leonesisch das ist die Brücke zum Spanischen und zum Kastinischen und das Arabonesische was wiederum die Brücke zum Katalanischen nachricht genau ja das ist eben das Kontinental Romanische und ja das ist natürlich nicht alles wir wissen die Romanischen Sprachen sind Weltsprachen und sind dann also auch in die Welt exportiert worden es gibt also auch eine Romania Nova die eben später dazugekommen ist nach der Entdeckung Amerikas oder Neuentdeckung Amerikas durch Kolumbus wo dann eben die romanischen Sprachen nach Amerika gekommen sind und diese neue Romania die wird uns in der nächsten Woche interessieren also es gibt einen kleinen Teaser damit sie wissen was sie nächste Woche erwartet wir sprechen über die Übersee Varietäten das ist glaube ich der wichtige Teil der sogenannten Romania Nova der neuen Romania die neuen Übersee Varietäten Französisch Kanada und das ist anders als das Französische was wir aus Frankreich kennen das Spanische in Lateinamerika das ist anders als das Spanische in Europa das portugiesische Lateinamerika was auch anders ist als das europäische portugiesisch dann das judenromanische was sich auch verbreitet hat was wir aber jetzt nur noch sehr vereinzelt finden von wenigen Sprechern in Amerika in Nord- und Südamerika gibt es da Sprachinseln in der Türkei gibt es noch gibt es noch wenige judenromanische Sprecher und natürlich in Israel die Lingua Franca eine im Mittelmeerraum verbreitete ja Verkehrssprache die manchmal auch Savire heißt die werden uns auch noch kurz beschäftigen die ist aber ausgestorben da gibt es nur noch wenige Quellen und die Kreosprache die Kreosprachen die entstanden sind auf der Basis des Französischen auf der Basis des Spanischen auf der Basis des Portugiesischen die eben tatsächlich neue Sprachen sind die werden uns kurz interessieren und deren Verbreitung denn die gehören auch natürlich zur Romania und Sie sehen wenn Sie sich mit romanischen Sprachen beschäftigen haben Sie sehr viele eine sehr große Auswahl eine sehr große Diversität an Sprachen wie gesagt um die neuen Varietäten geht es dann in der nächsten Woche ja und wenn Sie Fragen haben stehe ich zur Verfügung heute und natürlich dann auch in der nächsten Woche ja vielen Dank und dann und dann